Sandro Eschlima, heute 3 zu 0 Sieg, das war eine gute Reaktion von Davos. Die Umstellung des Trainers hat sich bezahlt gemacht. Ja, ich glaube, wir haben genau gleich weiter gefahren, als wir aufgehört haben im ersten Spiel. Ich glaube, heute ist es noch ein bisschen weniger Fehler zugegeben, also noch ein bisschen weniger Fehler gemacht. Und dementsprechend haben wir versucht, vom ersten Spiel alles mitzunehmen ins zweite Spiel. Für euch selber, Tadou Losi Leistung, Shoutout gratulieren. Was muss jetzt gehen, dass Davos in die Playoffs einzieht übermorgen? Noch einmal so eine Leistung wie heute und wie auch im ersten Spiel, finde ich, wir haben gut gespielt. Im ersten, beim zweiten Spiel, es wird noch einmal umgekämpft sein, auf beiden Seiten. Wir haben auch heute gemerkt, beide werden der Sieg und ja, heute ist es auf unsere Seite gefallen. Danke vielmals, Sandro Eschlima.